Hallo, mein Name ist Alex Fischer und hier in diesem Video geht es um die Definition des Wortes Amortisation. Das Wort Amortisation kommt aus dem französischen Amortier. Ich weiß leider nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich hatte nie Französisch, ich durfte das große Latinum genießen. Und das bedeutet so viel wie abtöten, tilgen. So, und da sind wir auch schon, was das Wort bedeutet. Das Wort ist einfach ein anderer Ausdruck für das Wort Tilgen. Was ist Tilgen? Tilgen ist die Rückzahlung des Darlehens. Wenn man sich ein Darlehen nimmt, hat man grundlegend zwei Arten von Zahlungen, auch wenn es mal wegen einer Zahlung innen drin ist, aber die teilt sich intern auf, in Zinsen. Das ist praktisch die Leihgebühr fürs Geld, also die sogenannten Schuldzinsen, als auch auf der anderen Seite die Rückzahlung des Darlehens. Also, du hast einerseits die Leihgebühr fürs Geld, andererseits die Rückzahlung, auch genannt Tilgung, auch genannt Amortisation. Eine ganz wichtige Sache noch, geh auf meine Seite alex-fischer-duesseldorf.de und hol dir dort das Immobilienlexikon der Grundlagen. Da sind 350 Immobilienbegriffe, die allerwichtigsten, die 99% der Fälle vorkommen, ganz einfach erklärt, inklusive Anlagen, sodass du auch die Beispiele, die dort beschrieben sind, auch mal wirklich auf Papierform sehen kannst. Und wie schon gesagt, das ist für dich 100% kostenlos. Also, hol dir das Immobilienlexikon und vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Dein Alex Fischer.